Sandro Schmid, ein heisser Match war heute Abend in der Swiss Life Arena. Am Schluss ging es auf und ab, lange hatte es im Griff. Was nehmen Sie mit? Was ist Ihr Resümee heute Abend? Ja, es tut gut, endlich mal gegen Sie gewonnen zu haben. Die letzten zwei Mal waren engen Spiele, die wir leider nicht für uns entscheiden konnten. Und umso besser haben wir es können. Jetzt kommt man so langsam in Schwung, scheint es auch resultatmässig. So kurz vor Weihnachten. Jetzt noch ein Match, nach einem neuen Jahr. Mit welchen Gefühlen geht man jetzt noch in diesem letzten Spiel vor Weihnachten? Ja, wir wissen, dass diese drei Spiele in der Woche sehr wichtig sind. Jetzt haben wir zwei gewinnen können, das tut gut. Jetzt geht es morgen wieder gegen Genf, wo nicht einfacher wird. Und da versuchen wir auch das Beste rauszuholen. Merci.